jetzt sind es schon drei jahre her ging schneller als ich dachte hätte nie gedacht dass mir der beruf so gefällt wie er ist erst das praktikum bei der neuland hat mir die augen geöffnet nicht nur langweilig im büro sitzen und auf deinem bildschirm schauen nein sondern viel rausfahren und neue tolle menschen kennenlernen mit kollegen an einem strang ziehen naja wir sitzen ja auch in einem boot im drachenboot jeden mittwoch nach der arbeit trainieren wir für den ritz kalten cup 18 paddler in einem boot alle im gleichschlag 1 2 3 konzentration alle verlassen sich auf dich dich packt der ehrgeiz 200 meter höchste anspannung endlich geschafft alle jubeln was für ein gefühl so ein team kann gemeinsam ganz schön was stemmen und so ein team gibt auch ganz schön viel zurück man lernt die leute ganz anders kennen man ist ein team hat ein gemeinsames ziel und jeder einzelne gibt alles und genau das verbindet seit neuestem bin ich bei der neuland stiftung ok wir stehen doch am anfang aber es geht um ein soziales miteinander ein verbessertes lebensumfeld und wohnbedingungen hier in wolfsburg ja schon ein tolles gefühl was man zusammen bewegen kann und 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 und